Und Kinder, seid ihr schon aufgeregt? Ja, und wie, wir freuen uns schon auf die kleinen süßen Pinguine. Ja, und mit den Busse, da war keine mehr frei. Und deswegen habe ich uns ein anderes Auto gemietet. Und welches? Das wird eine Überraschung. Oh, voll cool, ich bin noch nie mit einem Postauto mitgefahren. Das ist eine tolle Idee. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich als Paket verkleidet. Das ist alles voll mit Paketen. Kommt, beeilt euch Kinder, damit wir losfahren können. Ja. Juhu, endlich! So, raus ihr Pakete, wir sind da. Ja. Ich freue mich schon, das ist so toll. Ich mich auch. Tschüss, Kinder. Tschüss. Ich freue mich schon voll auf die kleinen süßen Pinguin-Babys. Und ich freue mich auf die Fütterung. Hallo, Kinder. Ich bin Frau Seekras und ich zeige euch heute das Pinguin-Becken. Hallo. Kommt mit. Hier, Kinder, seht ihr das Pinguin-Becken. Und hier ist auch der Pinguin-Papa. Oh, die sehen voll süß aus. Das sind sie ja auch. Hier seht ihr zwei Pinguin-Babys. Das eine wird gerade von der Mama gefüttert. Oh, die sind so wuschelig. Ich würde am liebsten gleich eins mitnehmen. Das glaube ich dir. Aber die Pinguine brauchen sehr viel Auslauf und sehr viel Platz. Aber du kannst dir jederzeit hierher kommen und sie anschauen. Ja, das mache ich dann. Hier seht ihr das Nest. Vor kurzem hat die Mama drei Eier gelegt. Oh, voll süß. Das werden bestimmt so süße und wuschelige wie die anderen. Schnell, Kinder, guckt mal. Da rutscht gerade ein kleines. Hihi, der hat seinen Papa umgeschmissen. Frau Seegras? Ja? Haben die Pinguin-Babys auch Namen? Ja, na klar. Und welche? Pummel, Flauschi, Quiki und Wuschel. Oh, das sind aber süße Namen. Ja, das haben auch ein paar Kinder ausgesucht. Echt? Dürfen wir denn auch meinen Namen raussuchen? Ja, jetzt schlüften ja bald wieder welche. Müsst ihr mir einen Brief schicken mit Namensvorschlägen und dann suche ich da welche raus. Ja. So, jetzt kommen wir zum Höhepunkt eures Besuchs und das ist die Fütterung. Ja, endlich. Komm, Pummel, es gibt was zum Essen. Piep. 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 So, jetzt noch der Papa-Pinguin. Und den Rest kriegt die Möwe. So Kinder, jetzt bin ich fertig mit meiner Vorführung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bald wiederkommen würdet. Ja, das machen wir. Das hat so Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.